Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Jurassic World Evolution Video. Und zwar möchte ich mit euch nochmal über das kommende DLC, was am 10. Dezember rauskommt, nämlich Return to Jurassic Park sprechen. Ich habe mir nämlich nochmal die Screenshots alle nochmal ein bisschen genauer angeguckt und mir sind noch einige Dinge aufgefallen, die ich auch gerne mit euch teilen möchte. Aber bevor ich das Ganze tue, will ich auf jeden Fall euch darauf hinweisen, dass das alles nur so ein bisschen Spekulationen sind. Aber da man die Dinge wirklich auf den Screenshots sieht, bin ich mir fast sicher, dass die ins Spiel kommen werden. Aber wie gesagt, alles ohne Gewehr und sowas, das sind alles nur Spekulationen meinerseits. Auf dem ersten Screenshot haben wir nämlich hier etwas versteckt. Das ist ganz weit in der Ferne. Dafür müssen wir jetzt erstmal ordentlich ranzoomen, nämlich nach hier hinten. Und dann seht ihr hier schon, das sind doch Brachiosaurus, oder? Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das Brachios sind und das müsste der Skin aus Jurassic Park 3 sein. Ich kann ihn einmal für euch einblenden hier. Und dann seht ihr ganz klar, dass das hier der Skin von Jurassic Park 3 ist. Das ist halt dieser rötlich-grüne, also der wird wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass der dann auch ins Spiel kommen wird. Auf dem nächsten Bild, da haben wir ja schon drüber gesprochen, da ist mir auf jeden Fall diese Pflanze hier ins Auge gekommen. Also scheint wohl wirklich so ein neues Brush-Tool mit neuen Pflanzen zu geben. Ich denke auch nicht, dass einfach nur ein weiteres dazukommt, sondern dass schon ein paar mehr neuere Pflanzen da hinzukommen werden. Hier hinten sieht man die auch nochmal so ein bisschen, zumindest in der Ferne. Ich glaube, das sind die. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es die vorher in Jurassic World Evolution so nicht gab. Also ich glaube es wirklich. Müsste also hoffentlich ein neues Büsche-Brush-Tool sein, so nenne ich es mal. Und natürlich hier diese Palmen, die sehen auch. Also ich glaube, man kann diese Palmen hier im Hintergrund, ich gebe die nochmal für euch. Dann zoomen wir auch mal hier ran. Diese Palmen konnte man mit etwas Glück immer so mit diesem normalen Bäume-Tool auch bekommen. Aber es sieht mir fast so aus, als wenn die jetzt wirklich per Hand platziert wurden. Weil so drei nebeneinander habe ich glaube ich so noch nicht gesehen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man jetzt die Möglichkeit hat, diese Palmen als zusätzliche Bäume sozusagen einzeln zu platzieren. Wäre auf jeden Fall cool. Je mehr Bäume wir kriegen, desto besser. Und ich finde auch, dass es fast so aussieht, als wenn diese Palme hier vorne, gerade die, diese hier, als wenn die sehr, sehr nah an dem Gebäude hier dran steht. Man kann es sehr, sehr schwer erkennen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die eventuell das ein bisschen überarbeitet haben. Dass diese ganzen Gegenstände, Felsen, Palmen und sowas, so ein bisschen näher an Gebäude oder andere Bäume und sowas ran platziert werden können. Weil ich muss sagen, das war wirklich bei Jurassic World Evolution immer sehr, sehr störend, dass man dann wirklich zwischen Bäumen, die man platziert hat, gefühlt zehn Kilometer Abstand halten musste. Auf dem nächsten Bild bin ich mir ziemlich sicher, dass diese ganzen Bäume hier im Hintergrund auch neu sind. Also die sehen vom Stamm und so her auch echt anders aus. Auch hier oben mit der Astgabelung, wenn ihr mal darauf achtet. Dann diese Lianen und so dazwischen. Ich meine, die waren auch schon bei den anderen Bäumen. Aber die sehen echt vom Stamm her meiner Meinung nach komplett anders aus. Also ich glaube wirklich, dass das hier eine neue Baumart sein wird. Kann natürlich sein, dass das später diese Bäume sein werden, die auch für die Brachio oder für die Sauropoden zum Fressen geeignet sind. Weil die sehen ja ähnlich aus. Da können wir auch mal eben hinspringen. Genau, hier sieht man die dann schon. Aber ich glaube, nee, die haben ja auch gar keine Lianen und so. Das können die eigentlich da nicht sein. Also ich glaube, die von vorher werden dann wirklich neue Bäume sein. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Weil diese hier sehen auch vom Geästen ähnlich aus. Aber die haben nicht diese hängenden Lianen und sowas. Aber die hier werden auch auf jeden Fall neue Bäume sein. Und man sieht ja schon im Trailer dann so ein bisschen, dass die Brachios dann wirklich von diesen Bäumen fressen können. Und ich bin gespannt, ob das dann wirklich nur bestimmte Bäume sind, von denen die fressen können. Oder ob die dann von allen Bäumen fressen können. Da müssen wir uns dann überraschen lassen. Und damit kommen wir schon zum nächsten Screenshot. Und was mir hier noch ganz gut auffällt, ist auf jeden Fall hier hinten diese Palmen. Da haben wir sie wieder. Die sehen wirklich wie einzeln platziert hier aus. Also ich finde, dass die wirklich so aussehen. Hier diese drei Palmen meine ich. Hier sieht man die Stämme. Und die sehen wirklich einzeln platziert aus. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass man die später als Tool dann wirklich platzieren kann. Was ja auch richtig cool ist. Weil dann kann man viel besser Variationen hier reinbringen. Und ich weiß gar nicht, ist das hier hinten, dieser große Baum? Ist das unser großer Baum, den wir schon kennen soweit? Oder ist das ein anderer Baum? Könnte natürlich sein. Aber ich finde, es sieht auch hier wieder fast so aus, als wenn dieser Baum voll nah an dem Gebäude dran steht. Könnte natürlich auch von der Position so ein bisschen täuschen. Und ja, kann natürlich sein, dass es nicht so ist. Aber falls dem so ist, dann könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass es dann möglich sein wird, die Bäume und anderen Dekoobjekte wirklich dann so ein bisschen näher an die Gebäude ranzuplatzieren. Auf dem nächsten Screenshot ist auch noch eine Besonderheit, die mir auf jeden Fall aufgefallen ist. Nämlich dieser Zaun hier, den haben wir beim letzten Mal schon bemerkt. Und hier unten ist dann ja wirklich so ein kleiner Maschendraht. Und was sehr interessant ist, das kann eigentlich fast nur für so richtig kleine Dinosaurier sein, wie zum Beispiel die Kompis oder Kompsognarktus heißen die, glaube ich, oder sowas, die ja auch ins Spiel kommen sollen. Die sind ja wirklich auch ein Klassiker, die gehören zu Jurassic Park dazu. Und die sind auch bestätigt. Die kommen auf jeden Fall ins Spiel. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser kleine Maschendraht hier unten dann wirklich extra für diese Kompis sein wird. Und damit sind wir schon beim nächsten Screenshot, der wunderschöne Screenshot von dem T-Rex, der vor dem Besucherzentrum hier so ein bisschen rumbrüllt. Da habe ich auch schon gesagt, dass mir dieses Schild aufgefallen ist, ja, mit dem Helikopterlandeplatz. Und das sieht tatsächlich auch wirklich so aus, als wenn das per Hand platziert wurde an diesem Weg. Also da bin ich mir fast sicher, dass das wirklich als Deko-Element platziert wurde hier an dem Weg. Und das lässt mich so ein bisschen darauf schließen, dass eventuell so ein paar Deko-Elemente für die Wege kommen. Also zum Beispiel Bänke, Mülleimer, Schilder, Straßenlaternen. Wer weiß, was da alles kommen könnte. Aber dieses Schild lässt einen auf jeden Fall so ein bisschen spekulieren und lässt einen so ein bisschen die Hoffnung wecken, dass solche Deko-Elemente endlich kommen werden. Und das wäre einfach richtig, richtig cool. Und dann kommen wir nochmal zu diesem wundervollen Screenshot von dieser tollen Flug-Dinosaurier-Kuppel. Finde ich ja mega cool, dass sie ins Spiel kommt. Und da habe ich ja auch schon gesagt, dass hier unten dieser Jeep ist. Das wird wahrscheinlich dann wirklich dieser Jeep sein aus dem Jurassic Park 1 Film zum Beispiel. Genau den hier. So sieht der aus. Und ich denke mal, den wird man dann auf Schienen fahren lassen können. Man wird dann wahrscheinlich, also so vermute ich es, dass man dann auswählen kann, welches Fahrzeug man da fahren möchte. Weil in dem Trailer haben wir ja zum Beispiel diese ganz normalen Jeeps, die wir schon aus JWE kennen, gesehen. Und ich denke mal, dann kann man einfach das Fahrzeug wählen oder sowas. Ich könnte mir halt gut vorstellen, dass das wirklich ein und dieselbe Attraktion ist. Weil von der Funktion her sind die ja relativ gleich. Und natürlich sehen wir hier dann nochmal diese wundervollen Felsen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier ein neuer Felsen ist. Beziehungsweise eventuell sind es halt zwei Felsen, die ineinander positioniert sind und deswegen neu aussehen. Also es wäre richtig cool, wenn es möglich wird, dass man Sachen stackt übereinander. Weil dadurch kann man gerade bei Felsen richtig viel Variation und sowas schaffen. Und das gibt einfach richtig viele Möglichkeiten. Das könnte natürlich auch hier der Fall sein. Aber tatsächlich, wenn ich mir das so angucke, sieht das ja für mich eher so aus. Also das meine ich hier. Sieht für mich eher so aus, als wenn es zum Gebäude dazugehört. Das liegt ja wirklich so an. Es könnte natürlich auch sein, dass das irgendwas Platzierbares ist an Deko. Und dass das so in das Gebäude rein platziert wurde. Aber ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass das hier zum Gebäude dazugehört für mich. Ja, ist aber auch nicht weiter schlimm. Und natürlich hier der neue Weg. Also meiner Meinung nach ist das hier ganz klar ein neuer Weg. Beziehungsweise ist es ein alter Weg mit einem Bordstein. Aber ich glaube eher, dass das wirklich ein neuer Weg ist, der ins Spiel kommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass sogar einige andere neue Wege ins Spiel kommen werden. Das wäre mega, mega cool. Weil dann haben wir einfach viel mehr Variationen und Möglichkeiten. Und das ist ja genau das, was uns bei Jurassic World Evolution am meisten fehlt. Und zu guter Letzt kommen wir nochmal zu diesem wundervollen Screenshot hier von dem neuen Stegosaurus. Und ich weiß gar nicht, wie mir das beim letzten Mal nicht auffallen konnte. Ich habe wahrscheinlich die ganze Zeit hier auf den neuen Stego geachtet und auf die Zäune und sowas. Aber achtet mal hier im Hintergrund. Diese verschwommenen, großen Bäume. Das sind Redwood Trees. Und die werden ja dann auch neu ins Spiel kommen. Ich meine, die sind hier platziert. Also können wir davon ausgehen, dass die ins Spiel kommen werden. Und ich muss sagen, diese Redwood Trees, die sind mega, mega cool. Die sind halt richtig riesig. Haben diese roten, dicken Baumstämme. Und ja, man kann es ja hier sogar so ein bisschen erkennen. Also es ist richtig nice. Also wir können eigentlich ziemlich, ziemlich sicher davon ausgehen, dass wir einiges Neues an Deko und Pflanzen bekommen werden. Ich hoffe auch auf Bänke und andere Deko-Elemente. Also dass es nicht nur so Natur-Deko-Sachen sind, die ins Spiel kommen werden. Aber dieses eine Schild da neben dem Gebäude, das lässt mich wirklich hoffen, dass es so weit kommen wird. Aber Leute, das soll es genug gewesen sein mit dieser Spekulation. Ich denke, einige von den Sachen, die ich euch heute gezeigt habe, werden auf jeden Fall in das Spiel kommen. Falls ihr noch irgendwas gesehen habt, was ich übersehen habe auf den Screenshots, dann schreibt es auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dann dürft ihr gerne abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy. Ich hoffe euch. Ich hoffe euch. Ich hoffe euch. Wir sehen uns schon in der Musik. Wir sehen uns schon mal. Vielen Dank.